Hallo und willkommen zu dieser besonderen Einschlafmeditation. Wenn du dich jemals gefragt hast, wie deine innere Beziehung zu Geld aussieht und wie du sie positiv beeinflussen kannst, dann bist du hier genau richtig. Geld ist mehr als nur Münzen und Scheine. Es ist eine Energie und es spiegelt viele unserer tiefsten Überzeugungen und Gefühle wieder. Heute nehmen wir uns gemeinsam die Zeit, in diese energetische Ebene einzutauchen, unsere Verbindung zu Geld zu erkunden und sogar zu transformieren. Dies ist keine gewöhnliche Meditation, sondern eine Reise zu deinem Innersten. Ich lade dich ein, dich dieser Meditation für 21 Tage zu widmen, um eine tiefe und nachhaltige Veränderung in deinem Leben zu bewirken. Und wenn du einen weiteren Schritt auf deinem Weg des Herzens und der Transformation machen möchtest, dann lege ich dir meine dreitägigen Retreats ans Herz. Alle Informationen findest du unter www.shockretions.com Lasse uns nun beginnen. Mach es dir ganz gemütlich in deinem Bett. Stelle die Lautstärke dieser Meditation so ein, dass du meine Stimme gut verstehen kannst, sie dich beim Einschlafen aber nicht stören wird. Und wenn du soweit bist, dann lösche das Licht und schließe deine Augen. Richte deine Aufmerksamkeit auf den Bereich zwischen Nase und Mund, genau dorthin, wo du spüren kannst, wie dein Atem ein- und ausfließt. Nimm nun einige tiefe Atemzüge und beobachte dich. Und wenn Gedanken kommen, dann lass sie kommen, doch kehre immer wieder mit deiner Aufmerksamkeit zurück zu deiner bewussten Atmung. So, und nun stelle ich das Wort Geld in den Raum. Und nun möchte ich, dass du dich wieder auf deinen Atem fokussierst und beobachtest, was in deinem Kopf und in deinem Körper geschieht, wenn ich Geld sage. Nimm einfach wahr, was in dir zu Geld aufkommt. Sei ganz entspannt. Du musst jetzt gar nichts groß erreichen oder erkennen. Bleib einfach aufmerksam in deiner Beobachtung. Denn oft haben wir zum Beispiel auch Kopfstimmen, die nicht entdeckt werden wollen, daher sehr leise sein können. Und nun stell dir vor, gegenüber von dir ist eine kosmische, goldene Geldmünze und diese Münze repräsentiert alles Geld der Welt. Spiele da ruhig mit deiner Fantasie, wie diese Münze genau aussieht und dann beobachte, was in dir geschieht. Möchtest du weg von der Münze? Ist sie dir etwas suspekt? Vertraust du ihr? Findest du sie dreckig? Fühlst du vorwürfe? Und jetzt nimm wahr, was in dir vorgeht. Nimm einfach alles an, was geschieht. Auf Wiedersehen. Und nun lass uns mal sehen, wie wohl sich das Geld bei dir fühlt. Vielleicht hat dir die kosmische Geldmünze etwas zu sagen. Lausche. Und nun lass uns all deine Chakren mit der Frequenz von Geld aktivieren und du wirst sehen, wo du mehr Widerstand hast und wo weniger. Geld ist nicht unser Meister. Geld beherrscht uns nicht. Geld ist einfach ein wundervolles Werkzeug und ein Mittel zum Zweck. Wir dürfen lernen, unsere Projektionen und falschen Bilder über Geld loszulassen. Um Geld zu unserem besten und höchstem Wohle und dem besten und höchsten Wohle aller einzusetzen. Und vor allem auch, um so viel davon zu haben, wie es uns beliebt. Mit welcher Summe von Geld fühlst du dich sicher und vertraut? Nimm einfach die erste Zahl, die dir in den Sinn kommt. Was ist dein momentanes Geldlimit? Also, was ist der maximale Geldbetrag, den du dir gerade zutraust, zu empfangen? Nimm das einfach so zur Kenntnis. So, und nun stell dir vor, ganz am unteren Ende deiner Wirbelsäule, zwischen den Genitalien und dem Anus, beginnt ein kräftiges rotes Licht zu leuchten. Und dann lass es größer werden, so dass es über deinen Körper hinaus leuchtet. Das ist dein Wurzelschakra. Das Wurzelschakra ist eng verknüpft mit allen materiellen Angelegenheiten, so wie deinen Überlebensinstinkten, deiner Sicherheit und Stabilität im Leben. Spüre nun, dass die goldene Frequenz der kosmischen Geldmünze in dein Wurzelschakra fließt und es aktiviert. Das Rot und das Gold vereinen sich zu einer wunderschönen Mischung. Und du fühlst und siehst nun, wie es um deine Beziehung zu Geld an deinen Wurzeln steht. Vielleicht kommen dir dazu Erinnerungen auf. Fühlt sich die Frequenz des Geldes in deinen Wurzeln vertraut an? Oder lehnst du sie eher ab? Öffne dein Wurzelschakra noch etwas mehr für die Energie des Geldes. Ja, empfange die Frequenz von Geld. In deinem Wurzelschakra befinden sich auch die Informationen, die du von deiner Familie über Geld erlernt hast. Sieh nun eine goldene Geldmünze in deinem Wurzelschakra aufblinken, die diese Aktivierung besiegelt. Du kannst die Münze übrigens für jedes Chakra jederzeit wieder aktivieren, wenn du das Gefühl hast, dass du gerade in einem Bereich etwas mehr Geldfluss und Lösungen zu Geldmustern gebrauchen kannst. So, und nun kommen wir zum Sakralchakra. Dieses liegt eine Handbreit unter deinem Bauchnabel. Dein Sakralchakra ist stark verbunden mit deinem Wert, deiner Sexualität und Kreativität. Also ist es natürlich auch ein Chakra, das stark in unsere Beziehung zu Geld involviert ist. Sieh ein orangenes Licht für dein Sakralchakra, das sich über deinem unteren Bauch ausbreitet und empfange auch hier die goldene Frequenz des Geldes. Beobachte und nimm wahr. Sieh, ob du dich noch etwas mehr für Geld öffnen kannst und lasse die Energie des Geldes durch dein zweites Chakra strömen. Darf Geld für dich mit Genuss verbunden sein? Erlaubst du dir, Geld auf eine Art und Weise zu verdienen, die dir Freude bereitet? Und nun, sieh wieder die Geldmünze, die die Aktivierung des zweiten Chakras besiegelt. Hast du bereits ein anderes Gefühl zu der Geldmünze vor dir? Und es geht nicht darum, Gefühle zu ignorieren und Geld plötzlich zu lieben. Ganz im Gegenteil. Es ist wichtig, dass du alle Widerstände und unangenehmen Gefühle ganz bewusst wahrnimmst und fühlst. Denn diese informieren dich über deine verborgenen Glaubenssätze zu Geld und genau dort möchten wir hin. Also, erlaube dir, alles zu fühlen. Gestatte dir Geld, schlecht und nervig zu finden, wenn das gerade für dich präsent ist. Erlaube dir, den Frust zu fühlen, dass es einfach nie genug zu sein scheint und du so hart dafür arbeiten musst. Also, atme einmal tief ein und aus und mache dich bereit für das nächste Chakra. Das Solar Plexus Chakra liegt eine Handbreit über deinem Bauchnabel und steht für deinen Willen, deine Disziplin und deine Durchsetzungskraft. Es ist also ein Chakra mit einer sehr feurigen und durchaus auch männlichen Energie. Sieh ein tiefes Gelb, das nun in deinem Solar Plexus erstrahlt und sich über deinen Körper ausbreitet und empfange erneut die goldene Frequenz des Geldes. Gelb und Gold vermischen sich und du kannst sehen und fühlen, wie es um deine Beziehung zu Geld in diesen Bereichen deines Lebens steht. Wie diszipliniert bist du, wenn es zu Geld kommt, da das Solar Plexus auch für die Durchsetzungskraft und die Hartnäckigkeit steht, frage ich dich, erlaubst du dir, das zu haben, was du wirklich möchtest? Glaubst du daran, dass du haben kannst, was du möchtest? Und gibt es Sachen, die du unbedingt haben möchtest, die dir gar nicht wirklich dienen? vernachlässigst du deine Disziplin? Empfange nun noch mehr von der Frequenz des Geldes in deinem Solar Plexus und beobachte, wie du dich dabei fühlst. Sieh, wie die goldene Münze nun die Aktivierung deines Solar Plexus Chakra besiegelt. Und wie ich dich zuvor daran erinnert habe, alle deine Gefühle zuzulassen, möchte ich dich nun auch einladen, auch deine positiven Erlebnisse mit Geld ganz bewusst einzuladen. Denn auch wenn wir uns alle gern darauf fokussieren, was alles schiefläuft, haben wir auch alle positive Erfahrungen mit Geld verknüpft. Wandere mit deiner Aufmerksamkeit nun zu deinem Herzzentrum. Atme tief ein und aus und sieh, wie dort ein rosa-grünes Licht erstrahlt. Manche Menschen arbeiten mit der Farbe grün, manche mit der Farbe rosa, manche mit beiden. Schau einfach, was sich für dich stimmig anfühlt. Dein Herz ist ein Zentrum der Liebe. Es steht für das Geben und Empfangen der Liebe. Schau, ein Mensch mag vielleicht die Energie des Geldes verstanden haben und viel Geld haben, doch wenn diese Person ein verschlossenes Herz hat, dann wird sie nie die Zufriedenheit und Liebe erfahren, zu der Geld beitragen kann, wenn wir den Austausch von Geld zu einem Akt der Liebe machen. Ja, du hörst richtig. Der Austausch von Geld kann ein Akt der Liebe sein. Und nun nimm wahr, dass du in deinem Herzchakra die goldene Frequenz des Geldes empfängst. Bist du es wert, Geld zu empfangen? Ja, fühlst du dich würdig? Wann handelst du aus Angst in Bezug zu Geld? Und wann handelst du aus Liebe in Bezug zu Geld? Wie leicht fällt es dir, Geld zu geben und auch zu empfangen? Was spürst du in deinem Herzen in Bezug zu Geld? Und nun schau, ob du dein Herz noch etwas weiter öffnen kannst. um die Energie des Geldes zu empfangen. Und nun siehe wieder die goldene Münze, die auch diese Aktivierung besiegelt. und spüre noch mal in jedes einzelne Chakra nach. mit welcher Summe von Geld Fühlst du dich fühlst du dich jetzt sicher und vertraut? Nimm einfach wieder die erste Zahl, die dir in den Sinn kommt. Und was ist die größte Summe, die du dir vorstellen kannst, zu empfangen? Vielleicht bemerkst du bereits einen Unterschied im Vergleich zum Beginn der Meditation. Integriere nun die Aktivierung der unteren Chakren. Für diese Meditation haben wir uns bewusst entschieden, nur bis zum Herzchakra zu arbeiten, da das Herz das Zentrum unserer Emotionen, unserer Werte und unserer Beziehungen ist. Indem wir uns auf die ersten vier Chakren konzentrieren, legen wir ein solides Fundament, um unsere Beziehung zu Geld von der Basis aus zu verstehen und zu stärken. Die oberen Chakren repräsentieren die Verbindung zum Göttlichen, die Intuition und die Kommunikation. Es ist essentiell, erst die Basis mit den unteren Chakren zu stärken, bevor wir uns in einer weiteren Meditation den oberen Chakren zuwenden. Nun, da wir durch diese tiefgreifende Meditation gereist sind und Einsichten über unsere Beziehung zu Geld gesammelt haben, lade ich Dich ein, diese Erkenntnisse sanft loszulassen und Dich auf eine friedliche Reise in den Schlaf vorzubereiten. Stell Dir vor, dass mit jedem Atemzug eine warme, beruhigende Energie in Deinen Körper strömt. diese Energie beginnt an Deinen Füßen und fühlt sich ganz warm und weich an. Und spür mal, wie diese Wärme allmählich nach oben wandert, Deine Waden, Deine Knie und dann Deine Oberschenkel durchflutet. Jeder Teil Deines Körpers, den diese warme Energie berührt, wird schwer und entspannt sich. Lass sie weiter nach oben wandern, über Deinen Bauch, Deine Brust bis zu Deinen Schultern und spür mal, wie sich die Last des Tages von Deinen Schultern löst und in den Boden unter Dir fließt. Jetzt breitet sich diese wohltuende Wärme über Deine Arme, Deine Ellbogen, Deine Handgelenke bis in die Spitzen Deiner Finger aus. Deine Hände fühlen sich schwer und warm an und Du lässt ganz los. Lass Dich in Deiner Unterlage versinken. Lasse diese Energie nun Deinen Hals, Dein Gesicht und schließlich den höchsten Punkt Deines Kopfes umhüllen. Jeder Gedanke, Jede Sorge wird von dieser wärmenden, beruhigenden Energie absorbiert und Dein Geist wird klar und ruhig. in diesem Zustand vollkommener Entspannung und Ruhe spürst Du, wie der Rand Deines Bewusstseins verschwimmt. Das ist in Ordnung. Erlaube Dir in diesem ruhigen, friedlichen Raum zwischen Wachsein und Schlaf zu gleiten. Du bist sicher und Du bist geborgen. Lass Dich nun von der sanften Woge der Entspannung in den Schlaf tragen. Ich bin Geschöpf und Schöpfer zugleich. Ich bin Teil dieser unendlichen Fülle und Schöpfer aus der Ewigkeit. Mein Wert ist unermesslich und ich bin es wert Reichtum zu empfangen. Geld fließt leicht und mühelos zu mir. Ich vertraue dem Universum, dass es für meine finanziellen Bedürfnisse sorgt. jeder Geldbetrag den ich empfange ist ein Ausdruck von Liebe und Wertschätzung. Ich öffne öffne mein Herd für den ständigen Fluss von Fülle in meinem Leben. Meine Beziehung zu Geld ist positiv, gesund und unterstützend. Geld ist ein wundervolles Werkzeug, das ich weise und zum Wohle aller Einsätze. Ich bin dankbar für all den Reichtum, den ich bereits in meinem Leben habe. Es ist sicher für mich Geld anzunehmen und zu genießen. Meine finanziellen Entscheidungen kommen aus einem Ort der Liebe, nicht der Angst. Geld unterstützt mich dabei, meine Träume und Visionen zu verwirklichen. Ich bin es wert, finanzielle Sicherheit und Komfort zu erfahren. Ich handele in finanziellen Angelegenheiten mit Integrität und Verantwortung. Ich setze Geld ein, um Positives in der Welt zu bewirken. Meine finanzen wachsen und gedeihen täglich. Ich ehre und schätze Geld als Mittel für Freiheit und Möglichkeiten. Ich bin in der Lage, Geld in Harmonie mit meinen höchsten Werten und Visionen zu verwenden. Das Universum unterstützt meine finanziellen Ziele und Absichten. Ich verdiene es, ein erfülltes Leben in finanzieller Fülle zu führen. Ich bin ganz heil Ich bin ganz Ich bin Ich bin Ich bin Geschöpf und Schöpfer zugleich Ich bin Teil dieser unendlichen Fülle und Schöpfer aus der Ewigkeit Mein Wert ist unermesslich und ich bin es wert Reichtum zu empfangen. Geld fließt leicht und mühelos zu mir Ich vertraue dem Universum dass es für meine finanziellen Bedürfnisse sorgt. Jeder Geld betrag den Ich empfange ist ein Ausdruck von Liebe und Wertschätzung. Ich öffne mein Herd für den ständigen Fluss von Fülle in meinem Leben. Meine Beziehung zu Geld ist positiv gesund und unterstützend. Geld ist ein wundervolles Werkzeug das ich weise und zum Wohle aller einsetze. Ich bin dankbar für all den Reichtum den ich bereits in meinem Leben habe. Es ist sicher für mich Geld anzunehmen und zu genießen. Und meine berühmt finanziellen Entscheidungen kommen aus einem Ort der Liebe nicht der Angst. Geld unterstützt mich dabei, meine Träume und Visionen zu verwirklichen. Ich bin es wert, finanzielle Sicherheit und Komfort zu erfahren. Ich handle in finanziellen Angelegenheiten mit Integrität und Verantwortung. Ich setze Geld ein, um Positives in der Welt zu bewirken. Meine Finanzen wachsen und gedeihen täglich. Ich ehre und schätze Geld als Mittel für Freiheit und Möglichkeiten. Ich bin in der Lage, Geld in Harmonie mit meinen höchsten Werten und Visionen zu verwenden. Das Universum unterstützt meine finanziellen Ziele und Absichten. Ich verdiene es, ein erfülltes Leben in finanzieller Fülle zu führen. Ich bin ganz heil. Ich bin ganz heil. Ich bin. Ich bin Geschöpf und Schöpfer zugleich. Ich bin ein Teil dieser unendlichen Fülle und Schöpfer aus der Ewigkeit. Mein Wert ist unermesslich, und ich bin es wert, Reichtum zu empfangen. Geld fließt leicht und mühelos zu mir, ich vertraue dem Universum, dass es für meine finanziellen Bedürfnisse sorgt. Jeder Geldbetrag, den ich empfange, ist ein Ausdruck von Liebe und Wertschätzung. Ich öffne mein Herz für den ständigen Fluss von Fülle in meinem Leben. Meine Beziehung zu Geld ist positiv, gesund und unterstützend. Geld ist ein wundervolles Werkzeug, das ich weise und zum Wohle aller einsetze. Ich bin dankbar für all den Reichtum, den ich bereits in meinem Leben habe. Es ist sicher für mich, Geld anzunehmen und zu genießen. Meine finanziellen Entscheidungen kommen aus einem Ort der Liebe, nicht der Angst. Geld unterstützt mich dabei, meine Träume und Visionen zu verwirklichen. Ich bin es wert, finanzielle Sicherheit und Komfort zu erfahren. Ich handle in finanziellen Angelegenheiten mit Integrität und Verantwortung. Ich setze Geld ein, um Positives in der Welt zu bewirken. Meine Finanzen wachsen und gedeihen täglich. Ich ähre und schätze Geld als Mittel für Freiheit und Möglichkeiten. Ich bin in der Lage, Geld in Harmonie mit meinen Höchsten, Werten und Visionen zu verwenden. Das Universum unterstützt meine finanziellen Ziele und Absichten. Ich verdiene es, ein erfülltes Leben in finanzieller Fülle zu führen. Ich bin ganz heil. Ich bin ganz heil. Ich bin ganz heil. Ich binBook mitführ truth. Ich bin kalt. Ich bin geschöpft. Ich bin heil. dieser unendlichen Fülle und schöpfe aus der Ewigkeit. Mein Wert ist unermesslich und ich bin es wert, Reichtum zu empfangen. Geld fließt leicht und mühelos zu mir. Ich vertraue dem Universum, dass es für meine finanziellen Bedürfnisse sorgt. Jeder Geldbetrag, den ich empfange, ist ein Ausdruck von Liebe und Wertschätzung. Ich öffne mein Herz für den ständigen Fluss von Fülle in meinem Leben. Meine Beziehung zu Geld ist positiv, gesund und unterstützend. Geld ist ein wundervolles Werkzeug, das ich weise und zum Wohle aller einsetze. Ich bin dankbar für all den Reichtum, den ich bereits in meinem Leben habe. Es ist sicher für mich, Geld anzunehmen und zu genießen. Meine finanziellen Entscheidungen kommen aus einem Ort der Liebe, nicht der Angst. Geld unterstützt mich dabei, meine Träume und Visionen zu verwirklichen. Ich bin es wert, finanzielle Sicherheit und Komfort zu erfahren. Ich handele in finanziellen Angelegenheiten mit Integrität und Verantwortung. Ich setze Geld ein, um Positives in der Welt zu bewirken. Meine Finanzen wachsen und gedeihen täglich. Ich ähre und schätze Geld als Mittel für Freiheit und Möglichkeiten. Ich bin in der Lage, Geld in Harmonie mit meinen höchsten Werten und Visionen zu verwenden. Das Universum unterstützt meine finanziellen Ziele und Absichten. Ich verdiene es, ein erfülltes Leben in finanzieller Fülle zu führen. Ich bin ganz heil. Ich bin ganz, ich bin Geschöpf und Schöpfer zugleich. Ich bin Teil dieser unendlichen Fülle und Schöpfer aus der Ewigkeit. Mein Wert ist unermesslich und ich bin es wert, Reichtum zu empfangen. Geld fließt leicht und mühelos zu mir. Ich vertraue dem Universum, dass es für meine finanziellen Bedürfnisse sorgt. Jeder Geldbetrag, den ich empfange, ist ein Ausdruck von Liebe und Wertschätzung. Ich öffne mein Herz für den ständigen Fluss von Fülle in meinem Leben. Meine Beziehung zu Geld ist positiv, gesund und unterstützend. Geld ist ein wundervolles Werkzeug, das ich weise und zum Wohle aller einsetze. Ich bin dankbar für all den Reichtum, den ich bereits in meinem Leben habe. Es ist sicher für mich, Geld anzunehmen und zu genießen. Meine finanziellen Entscheidungen kommen aus einem Ort der Liebe, nicht der Angst. Geld unterstützt mich dabei, meine Träume und Visionen zu verwirklichen. Ich bin es wert, finanzielle Sicherheit und Komfort zu erfahren. Ich handele in finanziellen Angelegenheiten mit Integrität und Verantwortung. Ich setze Geld ein, um Positives in der Welt zu bewirken. Meine Finanzen wachsen und gedeihen täglich. Ich bin in der Lage, Geld in Harmonie mit meinen höchsten Werten und Visionen zu verwenden. Das Universum unterstützt meine finanziellen Ziele und Absichten. Ich verdiene es, ein erfülltes Leben in finanzieller Fülle zu führen. Ich bin ganz heil. Ich bin ganz. Ich bin ganz. Ich bin ganz. Ich bin Geschöpf und Schöpfer zugleich. Ich bin. Ich bin Teil dieser unendlichen Fülle und Schöpfe aus der Ewigkeit. Mein Wert ist unermesslich und ich bin es wert, Reichtum zu empfangen. Geld fließt leicht und mühelos zu mir. Ich vertraue dem Universum, dass es für meine finanziellen Bedürfnisse sorgt. Jeder Geldbetrag, den ich empfange, ist ein Ausdruck von Liebe und Wertschätzung. Ich öffne mein Herz für den ständigen Fluss von Fülle in meinem Leben. Meine Beziehung zu Geld ist positiv, gesund und unterstützend. Geld ist ein wundervolles Werkzeug, das ich weise und zum Wohle aller einsetze. Ich bin dankbar für all den Reichtum, den ich bereits in meinem Leben habe. Es ist sicher für mich, Geld anzunehmen und zu genießen. Meine finanziellen Entscheidungen kommen aus einem Ort der Liebe, nicht der Angst. Geld unterstützt mich dabei, meine Träume und Visionen zu verwirklichen. Ich bin es wert, finanzielle Sicherheit und Komfort zu erfahren. Ich handele in finanziellen Angelegenheiten mit Integrität und Verantwortung. Ich setze Geld ein, um Positives in der Welt zu bewirken. Meine Finanzen wachsen und gedeihen täglich. Ich ehre und schätze Geld als Mittel für Freiheit und Möglichkeiten. Ich bin in der Lage, Geld in Harmonie mit meinen Höchsten, Werten und Visionen zu verwenden. Das Universum unterstützt meine finanziellen Ziele und Absichten. Ich verdiene es, ein erfülltes Leben in finanzieller Fülle zu führen. Ich bin ganz heil. Ich bin ganz heil. Ich bin ganz heil. Ich bin. Ich bin Geschöpf und Schöpfer zugleich. Ich bin Teil dieser unendlichen Fülle und Schöpfe aus der Ewigkeit. Mein Wert ist unermesslich und ich bin es wert, Reichtum zu empfangen. Geld fließt leicht und mühelos zu mir, ich vertraue dem Universum, dass es für meine finanziellen Bedürfnisse sorgt. Jeder Geldbetrag, den ich empfange, ist ein Ausdruck von Liebe und Wertschätzung. Ich öffne mein Herz für den ständigen Fluss von Fülle in meinem Leben. Meine Beziehung zu Geld ist positiv, gesund und unterstützend. Geld ist ein wundervolles Werkzeug, das ich weise und zum Wohle aller einsetze. Ich bin dankbar für all den Reichtum, den ich bereits in meinem Leben habe. Es ist sicher für mich, Geld anzunehmen und zu genießen. Meine finanziellen Entscheidungen kommen aus einem Ort der Liebe, nicht der Angst. Geld unterstützt mich dabei, meine Träume und Visionen zu verwirklichen. Ich bin es wert, finanzielle Sicherheit und Komfort zu erfahren. Ich handle in finanziellen Angelegenheiten mit Integrität und Verantwortung. Ich setze Geld ein, um Positives in der Welt zu bewirken. Meine Finanzen wachsen und gedeihen täglich. Ich bin in der Lage, Geld in Harmonie mit meinen höchsten Werten und Visionen zu verwenden. Das Universum unterstützt meine finanziellen Ziele und Absichten. Ich verdiene es, ein erfülltes Leben in finanzieller Fülle zu führen. Ich bin ganz heil. Ich bin ganz. Ich bin ganz. Ich bin sehr. Ich bin Vereine. Ich bin, nicht mehr. Ich bin Geschöpf und Schöpfer zugleich. Ich bin Teil dieser unendlichen Fülle und Schöpfe aus der Ewigkeit. Mein Wert ist unermesslich. Und ich bin es wert, Reichtum zu empfangen. Geld fließt leicht und mühelos zu mir. Ich vertraue dem Universum, dass es für meine finanziellen Bedürfnisse sorgt. Jeder Geldbetrag, den ich empfange, ist ein Ausdruck von Liebe und Wertschätzung. Ich öffne mein Herz für den ständigen Fluss von Fülle in meinem Leben. Meine Beziehung zu Geld ist positiv, gesund und unterstützend. Geld ist ein wundervolles Werkzeug, das ich weise und zum Wohle aller einsetze. Ich bin dankbar für all den Reichtum, den ich bereits in meinem Leben habe. Es ist sicher für mich, Geld anzunehmen und zu genießen. Meine finanziellen Entscheidungen kommen aus einem Ort der Liebe, nicht der Angst. Geld unterstützt mich dabei, meine Träume und Visionen zu verwirklichen. Ich bin es wert, finanzielle Sicherheit und Komfort zu erfahren. Ich handle in finanziellen Angelegenheiten mit Integrität und Verantwortung. Ich setze Geld ein, um Positives in der Welt zu bewirken. Meine Finanzen wachsen und gedeihen täglich. Ich bin in der Lage, Geld in Harmonie mit meinen höchsten Werten und Wissen zu bewirken. Das Universum unterstützt meine finanziellen Ziele und Absichten. Ich verdiene es, ein erfülltes Leben in finanzieller Fülle zu führen. Ich bin ganz heil. Ich bin ganz heil. Ich bin ganz heil. Ich bin geschöpft und schöpfert sogleich. Ich bin Teil dieser unendlichen Fülle und Schöpfe aus der Ewigkeit. Mein Wert ist unermesslich und ich bin es wert, Reichtum zu empfangen. Geld fließt leicht und mühelos zu mir. Ich vertraue dem Universum, dass es für meine finanziellen Bedürfnisse sorgt. Jeder Geldbetrag, den ich empfange, ist ein Ausdruck von Liebe und Wertschätzung. Ich öffne mein Herz für den ständigen Fluss von Fülle in meinem Leben. Meine Beziehung zu Geld ist positiv, gesund und unterstützend. Geld ist ein wundervolles Werkzeug, das ich weise und zum Wohle aller einsetze. Ich bin dankbar für all den Reichtum, den ich bereits in meinem Leben habe. Es ist sicher für mich, Geld anzunehmen und zu genießen. Meine finanziellen Entscheidungen kommen aus einem Ort der Liebe, nicht der Angst. Geld unterstützt mich dabei, meine Träume und Visionen zu verwirklichen. Ich bin es wert, finanzielle Sicherheit und Komfort zu erfahren. Ich handle in finanziellen Angelegenheiten mit Integrität und Verantwortung. Ich setze Geld ein, um Positives in der Welt zu bewirken. Meine Finanzen wachsen und gedeihen täglich. Ich bin in der Lage, Geld in Harmonie mit meinen höchsten Werten und Wissen zu bewirken. Das Universum unterstützt meine finanziellen Ziele und Absichten. Ich verdiene es, ein erfülltes Leben in finanzieller Fülle zu führen. Ich bin ganz heil. Ich bin ganz heil. Ich bin geschöpft. Ich bin Geschöpf und Schöpfer zugleich. Ich bin Teil dieser unendlichen Fülle und schöpfe aus der Ewigkeit. Mein Wert ist unermesslich. Und ich bin es wert, Reichtum zu empfangen. Geld fließt leicht und mühelos zu mir. Ich vertraue dem Universum, dass es für meine finanziellen Bedürfnisse sorgt. Jeder Geldbetrag, den ich empfange, ist ein Ausdruck von Liebe und Wertschätzung. Ich öffne mein Herz für den ständigen Fluss von Fülle in meinem Leben. Meine Beziehung zu Geld ist positiv, gesund und unterstützend. Geld ist ein wundervolles Werkzeug, das ich weise und zum Wohle aller einsetze. Ich bin dankbar für all den Reichtum, den ich bereits in meinem Leben habe. Es ist sicher für mich, Geld anzunehmen und zu genießen. Meine finanziellen Entscheidungen kommen aus einem Ort der Liebe, nicht der Angst. Geld unterstützt mich dabei, meine Träume und Visionen zu verwirklichen. Ich bin es wert, finanzielle Sicherheit und Komfort zu erfahren. Ich handle in finanziellen Angelegenheiten mit Integrität und Verantwortung. Ich setze Geld ein, um Positives in der Welt zu bewirken. Meine Finanzen wachsen und gedeihen täglich. Ich ehre und schätze Geld als Mittel für Freiheit und Möglichkeiten. Ich bin in der Lage, Geld in Harmonie mit meinen Höchsten, Werten und Visionen zu verwenden. Das Universum unterstützt meine finanziellen Ziele und Absichten. Ich verdiene es, ein erfülltes Leben in finanzieller Fülle zu führen. Ich bin ganz heil. 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 Ich bin Teil dieser unendlichen Fülle und Schöpfe aus der Ewigkeit. Mein Wert ist unermesslich und ich bin es wert, Reichtum zu empfangen. Geld fließt leicht und mühelos zu mir. Ich vertraue dem Universum, dass es für meine finanziellen Bedürfnisse sorgt. Jeder Geldbetrag, den ich empfange, ist ein Ausdruck von Liebe und Wertschätzung. Ich öffne mein Herz für den ständigen Fluss von Fülle in meinem Leben. Meine Beziehung zu Geld ist positiv, gesund und unterstützend. Geld ist ein wundervolles Werkzeug, das ich weise und zum Wohle aller einsetze. Ich bin dankbar für all den Reichtum, den ich bereits in meinem Leben habe. Es ist sicher für mich, Geld anzunehmen und zu genießen. Meine finanziellen Entscheidungen kommen aus einem Ort der Liebe, nicht der Angst. Geld unterstützt mich dabei, meine Träume und Visionen zu verwirklichen. Ich bin es wert, finanzielle Sicherheit und Komfort zu erfahren. Ich handle in finanziellen Angelegenheiten mit Integrität und Verantwortung. Ich setze Geld ein, um Positives in der Welt zu bewirken. Meine Finanzen wachsen und gedeihen täglich. Ich ähre und schätze Geld als Mittel für Freiheit und Möglichkeiten. Ich bin in der Lage, Geld in Harmonie mit meinen höchsten Werten und Visionen zu verwenden. Das Universum unterstützt meine finanziellen Ziele und Absichten. Ich verdiene es, ein erfülltes Leben in finanzieller Fülle zu führen. Ich bin ganz heil. Ich bin ganz heil. Ich bin ganz heil. Ich bin ganz heil. Nein. Ich bin ganz heil. Ich bin sehr khi. Ich bin der´ eine unentliche Fülle und Schöpfe aus der Ewigkeit. Mein Wert ist unermesslich und ich bin es wert, Reichtum zu empfangen. Geld fließt leicht und mühelos zu mir. Ich vertraue dem Universum, dass es für meine finanziellen Bedürfnisse sorgt. Jeder Geldbetrag, den ich empfange, ist ein Ausdruck von Liebe und Wertschätzung. Ich öffne mein Herz für den ständigen Fluss von Fülle in meinem Leben. Meine Beziehung zu Geld ist positiv, gesund und unterstützend. Geld ist ein wundervolles Werkzeug, das ich weise und zum Wohle aller einsetze. Ich bin dankbar für all den Reichtum, den ich bereits in meinem Leben habe. Es ist sicher für mich, Geld anzunehmen und zu genießen. Meine finanziellen Entscheidungen kommen aus einem Ort der Liebe, nicht der Angst. Geld unterstützt mich dabei, meine Träume und Visionen zu verwirklichen. Ich bin es wert, finanzielle Sicherheit und Komfort zu erfahren. Ich handle in finanziellen Angelegenheiten mit Integrität und Verantwortung. Ich setze Geld ein, um Positives in der Welt zu bewirken. Meine Finanzen wachsen und gedeihen täglich. Ich ähre und schätze Geld als Mittel für Freiheit und Möglichkeiten. Ich bin in der Lage, Geld in Harmonie mit meinen höchsten Werten und Visionen zu verwenden. Das Universum unterstützt meine finanziellen Ziele und Absichten. Ich verdiene es, ein erfülltes Leben in finanzieller Fülle zu führen. Ich bin ganz heil. 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 und Reichtum zu empfangen. Geld fließt leicht und mühelos zu mir. Ich vertraue dem Universum, dass es für meine finanziellen Bedürfnisse sorgt. Jeder Geldbetrag, den ich empfange, ist ein Ausdruck von Liebe und Wertschätzung. Ich öffne mein Herz für den ständigen Fluss von Fülle in meinem Leben. Meine Beziehung zu Geld ist positiv, gesund und unterstützend. Geld ist ein wundervolles Werkzeug, das ich weise und zum Wohle aller einsetze. Ich bin dankbar für all den Reichtum, den ich bereits in meinem Leben habe. Es ist sicher für mich, Geld anzunehmen und zu genießen. Meine finanziellen Entscheidungen kommen aus einem Ort der Liebe, nicht der Angst. Geld unterstützt mich dabei, meine Träume und Visionen zu verwirklichen. Ich bin es wert, finanzielle Sicherheit und Komfort zu erfahren. Ich handle in finanziellen Angelegenheiten mit Integrität und Verantwortung. Ich setze Geld ein, um Positives in der Welt zu bewirken. Meine Finanzen wachsen und gedeihen täglich. Ich ehre und schätze Geld als Mittel für Freiheit und Möglichkeiten. Ich bin in der Lage, Geld in Harmonie mit meinen höchsten Werten und Visionen zu verwenden. Das Universum unterstützt meine finanziellen Ziele und Absichten. Ich verdiene es, ein erfülltes Leben in finanzieller Fülle zu führen. Ich bin ganz heil. Ich bin ganz heil. Ich bin gradual, 춥�� nicht. Ich bin Zeit. Ich bin ein Serien und Schöpfer. Ich bin jemanden von tenía undpresa bist. Ich bin gleich vielài Try. Fülle und Schöpfe aus der Ewigkeit. Mein Wert ist unermesslich und ich bin es wert, Reichtum zu empfangen. Geld fließt leicht und mühelos zu mir. Ich vertraue dem Universum, dass es für meine finanziellen Bedürfnisse sorgt. Jeder Geldbetrag, den ich empfange, ist ein Ausdruck von Liebe und Wertschätzung. Ich öffne mein Herz für den ständigen Fluss von Fülle in meinem Leben. Meine Beziehung zu Geld ist positiv, gesund und unterstützend. Geld ist ein wundervolles Werkzeug, das ich weise und zum Wohle aller einsetze. Ich bin dankbar für all den Reichtum, den ich bereits in meinem Leben habe. Es ist sicher für mich, Geld anzunehmen und zu genießen. Meine finanziellen Entscheidungen kommen aus einem Ort der Liebe, nicht der Angst. Geld unterstützt mich dabei, meine Träume und Visionen zu verwirklichen. Ich bin es wert, finanzielle Sicherheit und Komfort zu erfahren. Ich handle in finanziellen Angelegenheiten mit Integrität und Verantwortung. Ich setze Geld ein, um Positives in der Welt zu bewirken. Meine Finanzen wachsen und gedeihen täglich. Ich ehre und schätze Geld als Mittel für Freiheit und Möglichkeiten. Ich bin in der Lage, Geld in Harmonie mit meinen höchsten Werten und Visionen zu verwenden. Das Universum unterstützt meine finanziellen Ziele und Absichten. Ich verdiene es, ein erfülltes Leben in finanzieller Fülle zu führen. Ich bin ganz heil. Ich bin ganz heil. Ich bin ganz. Ich bin. Ich bin Geschöpf und Schöpfer zugleich. Ich bin Teil dieser unendlichen Fülle und Schöpfe aus der Ewigkeit. Mein Wert ist unermesslich und ich bin es wert, Reichtum zu empfangen. Geld fließt leicht und mühelos zu mir. Ich vertraue dem Universum, dass es für meine finanziellen Bedürfnisse sorgt. Jeder Geldbetrag, den ich empfange, ist ein Ausdruck von Liebe und Wertschätzung. Ich öffne mein Herz für den ständigen Fluss von Fülle in meinem Leben. Meine Beziehung zu Geld ist positiv, gesund und unterstützend. Geld ist ein wundervolles Werkzeug, das ich weise und zum Wohle aller einsetze. Ich bin dankbar für all den Reichtum, den ich bereits in meinem Leben habe. Es ist sicher für mich, Geld anzunehmen und zu genießen. Meine finanziellen Entscheidungen kommen aus einem Ort der Liebe, nicht der Angst. Geld unterstützt mich dabei, meine Träume und Visionen zu verwirklichen. Ich bin es wert, finanzielle Sicherheit und Komfort zu erfahren. Ich handele in finanziellen Angelegenheiten mit Integrität und Verantwortung. Ich setze Geld ein, um Positives in der Welt zu bewirken. Meine Finanzen wachsen und gedeihen täglich. Ich bin in der Lage, Geld in Harmonie mit meinen höchsten Werten und Willen zu bewirken. Das Universum unterstützt meine finanziellen Ziele und Absichten. Ich verdiene es, ein erfülltes Leben in finanzieller Fülle zu führen. Ich bin ganz heil. Ich bin ganz heil. Ich bin ganz heil. Ich bin ein probiotischer Fülle zu gewinnen. Ich bin ganz heil. Ich bin ganz heil. Ich bin ganz heil. Ich bin Orgel. und schöpfe aus der Ewigkeit. Mein Wert ist unermesslich und ich bin es wert, Reichtum zu empfangen. Geld fließt leicht und mühelos zu mir. Ich vertraue dem Universum, dass es für meine finanzielle in der Regel ich bin es für meine und ich bin es für meine an die Veränderung